Sie sind ja selber über die Messe geschlendert, haben diese vielen Impersonen gesehen. Was waren denn Ihre Highlights? Da fällt mir schon einiges ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel an die riechenden Wände denke, die hier auch im Umfeld zu sehen sind, das habe ich vorher noch nicht wahrgenommen. Ich überlege, ob man sich vielleicht eine Wand mit Grasgeruch oder Kaffeegeruch in der Wohnung gestalten lässt.